Hallo! Was gibt es Neues bei RIO, The Logistics Flow? RIO ist die Logistikplattform für effizientere Transporte. RIO ist offen, herstellerunabhängig und cloudbasiert. Woran wir die letzten Monate für Sie gearbeitet haben, zeige ich Ihnen in diesem kurzen Video. Die meisten Speditionen haben Fahrzeuge verschiedener Hersteller in ihrer Flotte. Zugmaschinen verschiedener Marken sowie diverse Trailer resultieren in einem komplett gemischten Fuhrpark. Dies bedeutet meist auch, dass Sie als Spedition mehrere Telematik-Systeme bedienen müssen. Das ist kompliziert und ineffizient. Doch damit ist nun Schluss. RIO bringt die Position und weitere digitale Daten verschiedener Fahrzeughersteller in Echtzeit in nur ein System, die RIO-Plattform. Somit arbeiten Sie nur noch mit einer einzigen Karte, dem RIO-Flottenmonitor. Mit welchen Partnern wir bereits zusammenarbeiten, zeige ich Ihnen jetzt. Neben MAN Trucks können auch Scania-Fahrzeuge sowie Fahrzeuge mit einer Webfleet-Linkbox-Daten an die RIO-Plattform senden. Auch der folgende Trailer-Hersteller ist Teil der RIO-Welt. Schmidts Cargobool-Anhänger können ohne zusätzliche Ausstattung ganz einfach auf die RIO-Plattform gebracht werden. Weitere Trailer-Hersteller folgen in Kürze. Die Anbindung der verschiedenen Fahrzeugarten ist sehr einfach. Wir unterstützen Sie mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Partneranbindung. Besuchen Sie einfach unsere Website. Wir freuen uns auf Sie!